Das ist eine Anzeige für Spin Master. Oliver, lass uns spielen! Eilmeldung Erstaunliche Frontflips über Felsen und Gras und sogar auf dem Wasser fahren ist jetzt mit dem Monster Jam möglich. Wow! Was ist das? Okay Kinder, auf geht's! Okay! Oh nein! Stopp! Wow! Das ist der Monster Jam aus dem Rover's Drop Spielset. Wow! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Yay! Der Fall der Donnerwalzen ist über 6 Fuß hoch. Das ist bisher das größte Monsterspielset. Lass es uns ausprobieren! Ja! Drei, zwei, eins, go! Yeah! Noch mehr Autos! Hier, hier, hier! Ja! Komm, komm, Oliver! Es ist Zeit für den ersten Jump, dem Hochsprung! Das schaut so cool aus! Wow! Cool! Wenn du den Knopf im Tinosaurier-Kopf drehst, dann macht er einen neuen Trickshot. Und jetzt schaut mal. Wow. Blick. Das war der Forderer-Flip. Und jetzt drehen wir den Knopf noch einmal. Super Idee. Wow. Cool. Korkenzieher. Wow. Da ist noch etwas in der Schachtel. Das ist ein Grave-Trigger-Trux. Yay. Lass uns raus und ihn ausprobieren. Wow. Cool. Es kann voll leicht über die Felsen fahren. Es kann über Steine, Schmutz, Mutz und Gras fahren. Und es fährt und schwimmt auf dem Wasser. Ein schwimmender LKW. Wow. Das ist jetzt mein Lieblings-Auto. Yay. Das war eine Werbung für Spin Master. Das war ein Hmm. Und. että Gek